Jaaa, nice. Warum sah das grad witzig jetzt? Ja, ich bin halt einfach gut, alter. Was macht der? Warum hat der kein Schild? Einen Moment, ich hol deinen Banner gleich. Achso, ich dachte du müsst die Zeit ablaufen. Aber auch gut, danke. Keine Sorge, ich hab das Abzeichen unseres Quad-Kammer-Wagen. Ich hätte gerne eine Waffe, die schießt, danke. Ach so viel Leid, Emma, ist das herrlich. Mir wird's echt grad nicht gekümmt, oder? Ja. Das ist der grüne Person. Das ist der grüne Person. Fastball. Ja, dann hol mal deinen Staff wieder, wa? Na ja, was heißt mein Staff? Ich hatte nur Müll dabei. Der 70er jetzt. Wenn einer pusht. Ja, der ist gleich hier. Er läuft jetzt wahrscheinlich unter der Brücke durch. Jo, ich warte, Bro. Renn weg, renn weg. Ich tue es nämlich auch. Ich wollte jetzt pushen. Ich lad meine Cent in Lauf. Gleich bei dir. Äh, lass hide nehmen. Äh, oben hier auf dem Dachmann auch noch Sachen, ne? Jumper oder so. So, ich loot hier kurz. Ja, ich hab Sniper Immobilien. Hier ist das, ich weiß ja nicht was du brauchst. Hier ist noch das. Ja? Chill. Oh fuck. Wo, 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 wo. Anderer Warden. Der kriegt ne Arx da rein. Der kriegt ne Arx da rein. 100 auf einen. Einer One-Shot. Ich werfe noch ne Frack hinterher. Ja, ja, ganz gut chillt. Ich chill hier vorne ne Sekunde. Bist du noch unter den? Bist du noch unter den? Bist du noch unter den? Headshot, 95 auf dem. Achtung! Bro, pass auf. Ich treff nichts. Ich treff nichts. Ich treff nichts. Majest, Digga, let's go. Du bist ja weißt du. Oh, falsche Richtung. Ich repariere mich selbst. Caustic Gas, kannst du dich verpissen bitte? Ich würd gerne in Ruhe looten. Hallo. Hallo. Kannst du mich nicht umbringen? Danke. Sehr gut, Caustic Gas. Ich kriege auch noch was ab. Scheiße. Was gibt's hier? Oh, hier gibt's nen Purple Light Mag. Das gibt's hier. Oh, du kriegst mal zwei Visier. Zack, zack. Joa, ich brauch mehr Sniper ammo eigentlich. Aber es geht eigentlich auch. Deine Wing Dude? Nee. Ich bräuchte noch ein paar mehr Zellen, glaub ich. Der hat... Digga, ich hab gar keine Zellen. Na, jetzt hab ich ein paar. Ich brauch wieder mehr Nades. Deshalb hab ich so viel Platz im Inventar. So, die Skins müssen jetzt instant runter. Das sieht ja auch schrecklich aus. Joa, lass mal Zone wach. Wir sind grad am Arsch der Welt. Mach mal ne Zippy. Zippy Schuss. Oh, hinter mir. Nee, hier spring ich runter. Die fick ich jetzt. Wo seid ihr? Wo waren die? Da, 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 da. Gegner, da drüben. Ich lad jetzt meine Sensen laufen, dann kriegen die auf den Sack. Sind die echt genau da on ping oder wo? On ping waren die. Ja. Ist das einer? Noch 30 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Digga, wo ist der hin? Weiß ich nicht. Sind die doofen? Ich dreh doch um. Ich dreh doch grad um erstmal. Ja. Ich möchte jetzt nicht Jahre warten. Nimm Sip wieder zurück einfach. Lade meine Schilder auf. 5 Sekunden. Der Ring ist direkt voraus. Ich trink nebenbei. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich sehe auf der Karte, dass der Ring sich bewegt. Okay, das ist die letzte Runde für mich. Jo. Endlich wieder gute teammates machen. Na du Sackert. Warte mal, ich drehe mich mal kurz auf. Nichts. Kommt da noch was? Care Paket wird ausgeliefert. Da kommt ein Care Paket. Oh Leute. Ich gönne nur meinen Schilder in der Aufladung. Habt ihr zusätzliche Ausrüstung? Wo ist die Brandkanale? Warte mich grad. Lass mal irgendwo... Boah, keine Ahnung, wo wir hin sollen, Alter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da wo wir herkommen. Einfach gucken, wo Gegner sind. Da kommt die Zone. Vielleicht kommen die aus der Zone. Ah, Schütze. Jo. Ich laufe meine Sentinel schon mal auf. Ey, diese Waffe, ne. Ich treff so viel mit. Das macht so Spaß, ey. 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 Ah, guck ihn dir mal an. Da, 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 da. Ich dropp auf ihn, ich dropp auf ihn. Oh fuck, verkacke ich nicht. Habs geschafft. Nein, nein, nein. Da, da chillt da. Da chillt da in der Öcke. Lifeline. 88. Der Dread. Ich glaub der ist runter. Ne. Geh vor mir. Geh vor mir. Komplett. Gefehlt. Ich wurde von der Seite geguckt, aber. Da ist ein. Schön. Da sind mehr. Da sind wir. Wir laufen doch wenigstens um die Ecke wie ein Fickser. Die Räsen, oder? Die Räsen, oder? Äh. Ich werde einmal swappen und dann bin ich leider. Die sind unter mir, glaub ich, oder? Okay, ich heim mich nicht durch. Ich bin beide, Bro. Da war ein. Nicht volles Red. Die sind unter uns, äh. Scheiße. Hier ist ein nicht volles Red. Keine Batterien, oder so. Okay. Äh, ich hab zwei. Okay, okay. Ich hab Batterien. Hast du? Ja. Dann geb ich mir das mal kurz. Lass mal kurz chillen. Ah, brauchst du nicht mehr. Stufe 3. Ich lad wieder auf. Wir müssen in Zone sein. Ja. Ne. Ich tue es. Ich spiel jetzt Double-Amin 92 auf die Lifeline. Okay. Ich gönne mir ne Bat und geh näher ran. Lifeline können Solo sein, glaube ich aber nicht. Wo ist Lifeline? Oben? Hier oben war die gerade. Die war ich ja gerade. Ich geh näher ran Ich lauf rechts rum Achtung, get red Life and dead On me 120 Ich leb noch Absolut geschittet, Digga Absolut Junge, gefetzt Zone kommt, Zone kommt Ich äh Ja, was jetzt, Digga? Ich hab nur noch Eine Bat Ich kann ja nicht mehr in den Sorten Okay Ich lasse die Hand wieder auf Okay Nein, natürlich ist er direkt da Links, links, links Warte, warte, warte Die treffen nichts Ich muss runter droppen und sterben wahrscheinlich Ich grapple nach vorne Ja 88 auf einen Oh Fass, Digga, wie werde ich denn immer so schnell geholt? Digga, das ist echt mit meinem Tag, ey In der beste Sprache der Welt, let's go, alter Ich hab so reingestuckte, ey, ey Ich hab so gefistet Ich werd so gelasert Ich werd so gelasert die ganze Zeit Ich sag's mal